Zehn Dinge, die Yu-Gi-Oh! Spieler auf einem Turnier nicht sagen. Ich liebe es, im Feature mitzuspielen. Dann können andere von mir lernen. Also ich fand am besten, dass die Halle keine Klimaanlage hat, denn ich liebe es einfach bei 35 Grad Yu-Gi-Oh! zu spielen. Ich finde es toll, dass man hier vor Ort zu essen und zu trinken kaufen kann. Vor allem zu so fern Preisen. Ich finde es so gut, dass die ganzen offiziellen Turniere immer in denselben Städten sind. Da muss ich keine neuen kennenlernen. Ich finde es super, dass mein Gegner meine Karten immer kennt. So brauche ich nie einen Judge rufen. Ähm, was macht die Karte da? Ich finde es gut, dass so viele Menschen hier auf diesem Event sind. So bleibt die Luft immer gut und einem wird nicht kalt. Wie gut ist, dass die Karte im Mülleimer benutzt. So. Ja, ich finde es cool, dass ich einfach so meine Sachen liegen lassen kann. Ich meine, auf Turnieren wurde noch nie was geklaut, oder? Ich finde es super, dass ich immer zwischendrin 30 Minuten warten muss. Kann man noch was essen? Deutsche Meisterschaft, wen interessiert das denn? Ich bin hier wegen leckerem Essen. Ich finde es super, wenn die ganzen Spieler vor dem Event nicht noch zu einem kommen und fragen, ob man die und die Karte noch hat. Hast du zufällig noch ein Droplet?